Hallo liebe Zuschauer, ich möchte Sie zu unseren Fernseher Deutsch und Franzi, ich will Ihnen heißen allzehr und herzlich willkommen in der Berndung der Lugat des Allem. Ahlen mit Ihnen und willkommen in der Berndung der Lugat des Allemannien. Unser Thema heute ist über Deutsch lernen. Und dann haben wir uns über Deutsch lernen und über Deutsch lernen und über Untertitelung der Lugat des Allemannien. Also wenn wir zum Beispiel einen Sprachkurs machen möchten oder wollen, welche Redefündungen, welche Ausdrücke können wir dabei finden. Wenn wir jetzt machen, wir machen ein Sprachkurs für die Lugat des Allemannien. Ich möchte einen Sprachkurs machen. Was können Sie die Sprachkurs nutzen, was können Sie in der Lugat des Allemannien? Wenn ich mich an, dass ich die Lugat des Allemannien studieren, dann wird es mit der Lugat des Allemannien. Ich will versuchen, mit allen Sprachkurs zu verwenden, was können Sie können in der Lugat des Allemannien. Das wird die Lugat des Allemannien. Und dann werden wir uns über die Lugat des Allemannien. Und dann haben wir einen Sprachkurs, wie wir es sehen können. Und dann haben wir einen Sprachkurs, die Lugat des Allemannien und die Lugat des Allemannien und die Lugat des Allemannien. Und dann haben wir einen Sprachkurs, die Lugat des Allemannien und die Lugat des Allemannien und die Lugat des Allemannien und die Lugat des Allemannien. Und dann haben wir einen Sprachkurs, die Lugat des Allemannien und die Lugat des Allemannien und die Lugat des Allemannien. Ich finde es interessant. Ich lerne gern Deutsch oder ich lerne nicht gern Deutsch. Deutsch ist meine Lieblingssprache. Deutsch ist meine Lieblingssprache. Deutsch ist meine Lieblingssprache. Deutsch ist meine Lieblingssprache. Also convert ichogramm die Lieblings und klatschen, die Musik dirig bekommen. Die Lieblingssprache ist mein Lieblings podcast. Die Pan道isten sind meine Lieblingsspache. Der Kaffee ist mein Lieblings Getrunken, der deutschen Lieblings Getrunken ist. Mesela, ein Dieser Lieblings Cheρ-jek – meiner Lieblings Chew тайplicht. nicht wahr? Jnoch Ist es zu sagen? Mam am Dieter Valt den Foto Er ist allerdings im Kaffee Ich habe eine Art von Lieblingz und sagen, Lieblingz, Schauhschpieler, der Mofadl ist, Lieblingz, Musik, die Musik der Mofadlige, Lieblingz, Sporter, Lieblingz, Fach, die Mofadlige, Lieblingz, Autor, der Mofadlige, Lieblingz, Schreftischsteller, der Mofadlige, und so. Ich habe eine Art von Lieblingz und sage, Lieblingz, die Mofadlige, die ich mit dem Beispiel habe. Ich habe die Sprache, die Mofadlige, die Mofadlige, die Mofadlige, die Mofadlige, die Mofadlige, ist. Meine Lieblingz Sprache ist Deutsch. Auch in Lieblingz Sprache ist Deutsch. Auch hier ist bis zu große, die Mofadlige, die Mofadlige, also. Ich liebe die deutsche Sprache. Auch ich mag Deutsch. Oder ganz einfach. ich mag deutsch auch ich muss mehr üben ich muss mehr sprechen ich muss mehr schreiben mehr schreiben Ich will mehr Übungen zum Hörfrischtehen machen, aber ich will mehr Übungen zum Hörfrischtehen machen, ich muss mehr Übungen zum Hörfrischtehen machen. Ich will mehr Übungen zum Hörfrischtehen machen, zum Hörfrischtehen machen, zum Hörfrischtehen machen, zum Hörfrischtehen machen. Ich will mehr Übungen zum Hörfrischtehen machen, zum Hörfrischtehen machen, zum Hörfrischtehen machen, zum Hörfrischtehen machen. Ich will mehr Übungen zum Hörfrischtehen machen, zum Hörfrischtehen machen, zum Hörfrischtehen machen. Ich will mehr Übungen zum Hörfrischtehen machen, zum Hörfrischtehen machen, zum Hörfrischtehen machen. Ich will mehr Übungen zum Hörfrischtehen machen, zum Hörfrischtehen machen, zum Hörfrischtehen machen. Ich will mehr Übungen zum Hörfrischtehen machen, zum Hörfrischtehen machen, zum Hörfrischtehen machen, zum Hörfrischtehen machen. Ich will mehr Übungen zum Hörfrischtehen machen, zum Hörfrischtehen machen, zum Hörfrischtehen machen, zum Hörfrischtehen machen. sich aber im Hörfrischtehen machen, zum Hörfrischtehen machen über die Valle übungen zu Tapen. Ich will das Hörfrischtehen machen, weil die Valle übungen zur Ur Kamlents plataforma erhalten sera zurückbed nouvelle ist. welche Art du Sprechst du welche Sprachen du Sprechst du die du Sprechst du Amtag die oder der Sprache sie welche Sprachen sie balsgen oder was ihr Sprachstuh? oder was ihr gelernt? was ihr gelernt? oder was ihr gelernt? Welche Sprachen hast du gelernt, oder haben sie gelernt, oder habt ihr gelernt? Oder welche Sprachen willst du, oder wollt ihr, oder wollen sie noch lernen? Welche Sprachen willst du, oder wollt ihr, oder wollen sie noch lernen? Welche Sprachen willst du, oder wollt ihr, oder wollen sie noch lernen? Welche Sprachen willst du 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 lernen? Okay, ich würde eine Frage stellen über die Sprachen. Was ist die Sprachen? Wie gut ist es wichtig? Oder sprachst ihr oder sprachst sie Englisch Wie gut sprachst du Englisch Wie gut sprachst du Italienisch Wie gut sprachst du Deutsch Wie gut sprachst du oder sprachst ihr oder sprachst sie was kur illoghe Ad E Deregte ichatetek für die Lughe kweiesa Ad E Eine andere Frage Als ich ansprachst über die Lughe kweiesa Seit wann lernest du Spanisch 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 Spanisch Seit wann lernest du Spanisch Oder wie lange lernet ihr schon Portugiesisch Seit wann lernest du Spanisch Seit wann lernest du Spanisch Ja, aber seit wann Ja immer wie lange Seit wann muss man auch wie lange kamen Lernet ihr schon Portugiesisch In der Lughe kweiesa 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 Welche Sprachen hast du in der Schule gelernt Welche Sprachen Hass du in der Schule gelernt In der Lughe kweiesa In der Lughe kweiesa Ich habe Englisch, Deutsch, Franzose In der Schule gelernt In welchen Sprachen hast du schon in der Schule gelernt In der Lughe kweiesa In der Lughe kweiesa Und in der Lughe kweiesa Ich habe Deutsch, Englisch, Franzose so sich gelernt. Auch so ehrlich gibt Schakletäni, wo lernst du Türkisch? Wo lernst du Türkisch mit deinem Film? Allora, Türkei, es habe aber ein Türkisch, es habe Englisch, es habe Deutsch. Wo lernst du Deutsch? Wo lernst du Türkisch? Wo lernst du Italienisch? In einem Spracheninstitut lerne ich Türkisch, oder an der Schule lerne ich Türkisch, oder an der Universität studiere ich Türkisch. Wege auch mal Universität, aber an der Universität studiere ich Französisch, aber das ist Französisch für Elgama. Das ist der zweite Frage. Wo lernst du oder lernst du Deutsch? Oder lernst du Deutsch? Wo lernst du Deutsch? Ente beteiglim Almanie vinn? Oder lernst du Deutsch? Wo lernst du oder habt ihr oder haben sie Deutsch gelernt? ZEID VAN LANGLEZU DEUICH Wie lange lernen Sie schon Deutsch? Wie lange lernen Sie schon Deutsch? Machest du einen Deutschkurs? Machest du schon einen Deutschkurs? Ja, ich mache einen Deutschkurs oder nein, leider mache ich keinen Deutschkurs. Machen Sie einen Deutschkurs oder besucht ihr einen Deutschkurs? Besucht ihr einen Deutschkurs? Oder nehmen Sie an einem Deutschkurs teil? Und die Frage ist, dass wir teilnehmen. Nehmen Sie an einem Deutschkurs teil? Teilnehmen ist ein Deutschkurs. Teilnehmen ist eine Präposition. Ich nehme an einem Deutschkurs teil. Teilnehmen ist ein Deutschkurs. Das ist ein Deutschkurs. Wo ist der Deutschkurs? Wo ist der Deutschkurs? Ja, tira, Kursi-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Loghe-Log Untertitelung des ZDF für den Deutschen Kurs. ja tara imta kursi l-almanie haul der deutschkurs begint am Freitag begint ab morgen heibdaq min bokra am Freitag heibdaq ymukkuma waha kaza taib xalina nisqal unqul wie lange dauert die deutschkurs wie lange dauert die oder dein oder oya deutschkurs ja tara kursi l-almanie btak dein oder der oder oya deutschkurs oder iya deutschkurs kurs l-loge l-almanie btak geibdaq sqal btai wie lange dauert der deutschkurs ja tara moddet kurs l-loge l-almanie ii wie lange dauert der deutschkurs oder wie lange dauert dein kurs deutschkurs oder wie lange dauert ihr deutschkurs die antwort die antwort die antwort jauh die ähn jauh wala jauh wie viele Personen sind in Deutschkurs so viele Leute im Deutschkurs und wie viele Teilnehmer haben das Deutschkurs wie viele Personen in Deutschkurs wie einige Schüler in Deutschkurs 100 Personen oder in Deutschkurs atau 50 Personen oder wie viele Teilnehmer hat das Deutschkurs Wie viele Teilnehmer? Wie viele Teilnehmer? Wie viele Teilnehmer hat der Deutschkurs? Wie viele Teilnehmer hat der Deutschkurs? Der Deutschkurs hat 20 oder 30 Teilnehmer. Teilnehmer, die Teilnehmer ist ja ein Teilnehmer. Teilnehmer ist ja ein Verb Teilnehmen und die Präposition an. Das ist ja ein Teilnehmen an und Dativ. Wie findet es die deutsche Kurs? Wie findet es die deutsche Kurs? Wie findet es die deutsche Kurs? Wie findet ihr den Deutschkurs? Wie findet ihr den Deutschlehrer? Wie findet ihr die Deutschlehrerin? Wie findet ihr dein Deutschlehrerin? Wie findest du deinen Deutschlehrer oder wie findest du deine Deutschlehrerin Wie findest du deinen Deutschlehrer und wie findest du deine Deutschlehrerin Ich finde dein Kurs interessant oder ich finde dein Kurs wichtig Als ich finde deine Deutschlehrerin oder ich finde dein Netz Ich finde dein Deutschlehrer und wie findest du deinen Deutschlehrern Latif, auch moderisten Almeni, net Latifa, wahäkasa. Kallinen es all, gefällt dir, auch gefällt euch, auch gefällt ihnen der Deutschkurs, auch der Deutschunterricht, halag, bei Kursen Almeni, auch Hüsten Almeni. Jebe desuall, gefällt ihnen, oder gefällt dir der Deutschkurs, wo wie ist dein, oder euer, oder ihr Sprachniveau in Deutsch? Hier haben wir soelemente, die erste Frage, gefällt dir der Deutschkurs, hälag, bei Kursen Almeni, oder Kursen Almeni, fäkul, der Deutschkurs gefällt mir, gefällt dir, oder findest du, oder finden Sie, den Deutschkurs interessant, oder gefällt dir der Deutschkurs, das ist der erste Frage, fäkul, ja, der Deutschkurs gefällt mir. El-Sueel, die zweite, die haben wir, wie ist dein Sprachniveau in Deutsch? Ja, tera, ehe, ihoa, mustawek l-logg-oi, fähl-logg-almeni-ya? Wie ist dein Sprachniveau in Deutsch? Wie ist euer Sprachniveau in Deutsch? Ja, tera, ihoa, mustawek l-logg-oi, fähl-logg-almeni-ya? Ich habe das Sprachniveau A1, ich habe das Sprachniveau A2 oder ich habe das Sprachniveau B1, B2, C1, C2. Wie ist dein oder wie ist ihr Sprachniveau in Deutsch im Mustawak für Loha Al-Maniya? Aber ich habe das Sprachniveau und ich habe das Sprachniveau in der Mustawak für Loha. Ich hoffe mal, dass du so ein Teil wie gut sprichst du oder sprechen sie Deutsch. Ich will B2 ver Colombaten, was du zurücker bereit, dass du so ein Teil wie gut sprichst du oder sie sprechen sie oder sie sprechen Deutsch. Wenn du so ein Teil wie gut sprichst du soll, dass dich viel Sprachniveau auf Deutsch sprechen kann ich nicht ohne Engl bait. Ich spreche mit Sprachen von Sprachen und bei Sprache ich zusammen viel Deutsch. Es gehtbro��는 Deutsch kann die Sprache. auch spreche sehr gut deutsch oder gut deutsch oder ein bisschen italienisch oder ein bisschen russisch oder ich spreche schlecht französisch zum beispiel die die also das war's für heute liebe zuschauer also dann auf wiedersehen bis zum nächsten mal und tschüss